Luxy? Was ist los, sorry? Unten oder oben? Oben auf der Choke? Wo willst du hin? Wo siehst du besser? Ich will... Unten hin. Einmal nicht stacken gegen Grey Tamar. Dann wird's easy. Wir wollten eigentlich einen Quartus dort gegen die... Bogen. Bogen, der hat geroutet. Bogen geroutet. Bin mit auf dem Bogen. Hab gleich Pfeile. Ich wurde gepurcht. Ich wurde gepurcht. Schwert, schwert, schwert. Schwert hat gilt. Schwert hat gilt. Pass auf, Marco. Krippe, dass ich... Ja. Achtung. Genau. Du hast vor der Imagephase gerade. Ja. Ich ehe jetzt gleich an die Choke rein. Ich ehe jetzt immer die drüber. Ja. Der Bogen zieht durch. Ich bin auf dem Schwert. Unten rechts, bin auf dem Schwert. Unten rechts. Hab jetzt Pfeile Schwert. Ah, fuck. Marco, 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 overextended. Nicht runter, nicht runter, nicht runter. Oh nein, warum helfe ich eigentlich? Front to back jetzt hier. Ich bin jetzt hier auf dem Bogen. Ich hab noch Blink up. Kriegen Pots. Pass auf, vom Bogen, bitte. Ich hab... Ich def-pod, wenn ich kann. Ich mut den Tank mal. Bist du so weit vorne? Ja, der hat reingefrobt, der Spassi. Der Spitz vom Bogen. Der Spitz vom Bogen. Ach... War doch alles gut, bis jetzt auf die Situation, wo wir meinen Blink-Coldern ausgenutzt haben. Ich rute ihn aber mal direkt. Jo. Auch nicht Field Base. Ich bin jetzt drauf. Ich kriege den Silence-Fat noch. Ach doch, jetzt können wir hier... Der hat auch kein Silence-Fat mehr. Wir können direkt hochchasen. Gerade Gif. Oben lag der Perch. Tank gleich wieder geroutet. Frost, Frost, Frost. Ja, Frost noch da. Kriegt Perch. Ah, scheiße. Mit Perch-Gründer. Ach doch, Marco. Ich bin auf dem Schwert weiter. Hab PS-Pfeile an. Muss auch passen. Schwert ist unter dir. Schwert routet. Der ist noch routet im Show. Ist gleich down. Er ist down. Ich brauch wieder Hots. Ich geh vorne aus dem Frost-Range. Okay. Der ist von dem verkackt. Ich hab auch keine Route. Ich blink weg und mach front to back. Ja. Ich muss mich chillen gerade. Ja, chill. Lass dich hinten hochdecken. Der Frost macht echt viel Schaden. Kann ich jetzt rein gehen? Könnt ihr followen? Ja. Fuck, der hat mich interrupted. Frost wurde? Ja, jetzt. Jungs rausgreifen. Wir verlieren den Fight. Wir verlieren den Fight. Ja, oben bleiben, oben bleiben. Zieht die durch die Choke, wenn dann. Wenn die fighten wollen, dann müssen die durch die Choke. Scheint ist wieder da. E braucht noch ein bisschen. 5 Sekunden. Ich geh wieder unten rechts hin. E ist ab. Ah, fuck. Ich bin auf dem Frost. Ich wurde gepurcht. Ich versuche gleich zu Eisblocken. Ich hab keinen Eisblock. Hä? Wie tritt der Welt ja nicht gelockt auf, man? Zurück. 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 Wir sind auf 4. Geht nach. Geht zum Zelt. Geht oben zum Zelt. Keine Ahnung. Ihr dürft da nicht overstehen, Mann. Ich will da einfach raus, weil wir den Teamfight einfach komplett ausgetradet werden. Und ihr euch da trotzdem zu zweit blöd an den Choke anstellt. Please don't do this. Na, ich geh eigentlich noch in den Choke an um den Mako, um ihn noch zu zählen. Ihr frisst super viel Schaden vom Frost und vom Bogen. Mehr als... Mehr als nötig auf jeden Fall. Mehr als nötig, ja. Die sollen... Die dürfen nicht von unten Schaden machen, ne? Dann ist irgendwas falsch. Pass auf, ich bin... Ich will mir Energie holen. Cap hier erstmal. Ich sag's nicht gerne, aber mir fehlt der Cooldown. Weil der Kippo auf den Seed einfach frisst, weil er zu viel Damage einfach nimmt. Wir Electric gente von unten. Die sind hier die Turow. Ich habe hier in front und back gerade aus Schwert. Ich ruhe dann einfach mal das Schwert, damit wir ran kommen. Schwert ruht aus Silenz. Ich wurde gepurcht, der Erste. Der findet meine Jodie. Oh fuck, man. Das wollte ich nicht eisglocken. Bogen purst. Ich bin auf den Healer. Meine E ist wieder ab. Auf mich. Ich bin wieder auf das Schwert vorne. Ich hau links auf den Frost jetzt. Ich hau Heal auf den Frost. Ich hau Heal auf den Frost. Frost ist ziemlich low. Der Bogen zieht auf mich durch. Ich muss hinten runter. Das ist Stalker. Ich komm nicht ran, Marco. Pass auf. Ich turn auf Bogen, wenn du kannst, Marco. Hat jetzt nichts mehr abhanden. Ich bin hinter dir. Oben links Bogen. Ich hab ja keine gekriegt. Ich kann Bogen in drei Sekunden ruten. Bogen kriegt Ruhe. Bogen ist Stalker. 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 Bogen down, Marco down. Alter, ich bin neben W gestorben. So eine Fickscheiße, Mann. Healer, Healer, Healer. Healer in uns drinne. Healer in uns drinne. Ich potte hier schnell. Jeder hootet. Ah, ich hab's verloren gerade. Ich hab's verloren gerade. Passiert, passiert. Die, 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 die. Ah, Scheider. Ich hab... Ah, Scheiß Blink, Mann. Scheiß Deloitte Blink. Dann wäre das eben easy gewesen, Schwede. Sorry. Nö, nö. Ich hab's verloren. Ich hab mich selber... Also, ich... Ja, weiter nach einer ganz anderen Ecke. Nö, ich hab einfach links. So, jetzt hab ich das Spring-Go nur noch. Ich hab mich selber gebreased. In der Sekunde, wo die Hotz auslaufen. Aber es war die einzige Chance, irgendwie noch Hotz auf alle zu kriegen. Ja, aber ist ja okay. Die Teamfighter sind eigentlich Even-Trades und sind dann nur gefehlende Koordinationen von uns, die ist so ein bisschen... Äh, zackt. Wir haben gerade einen Choke-Bahn hochgepushed und eigentlich gewonnen. Waren am Ende halt ein bisschen out of. Und dann wieder runter. Ja, ich finde halt dieses... Also, es ist halt einfach, ne? Abriss, hinterher, hinterher, hinterher. Wenn ihr einen tot habt, ist eigentlich der Weg zurück. Ist der einzige Weg. Nicht das machen. Nicht den das machen. Wir haben nur Sex-Goal. Ja, wir haben den Advantage. Bogen, deck der Purge. Ja, ich krieg richtig Harte auf die Fresse. Ich schieß mit auf die Backline. Ich schieß gerade auf den Frost. Ich schieß mit auf den Bogen. Bogen, Bogen, Bogen. Ich schieße leider die Rope an. Lass raus, bitte. Lass raus, bitte. Lass raus, bitte. Lass raus, bitte. Der hat nicht Mage gespielt, auf keinen Fall. Das ist ja super useless. Ich hau gerade auf den Tank. Ich muss ein bisschen chillen. Tank hat Sacrifice bekommen. Ich hau auf den Bogen. Ich hab leider keine Rope für den. Lass, kannst raus, Jungs. Ich hab nix, ich hab nix. Naja, lass tenten. Weil mit den Sets mach ich auf jeden Fall hier nichts mehr. Ich hab zwar noch Sets, aber Whisperingo bringt da nicht viel. Ich hab zwar noch Sets, aber Whisperingo bringt da nicht viel. Langsam.